mal gucken äh lesen Boxer, fauliges Gras Rot, da Zergramm Kokain Leuchtturm Rot also Rot hat hier was gekauft auswählen nein ansehen Schäferhund, Dackel, Roche-Teuner nein Boxer, Haske, Eagle, Dackel nix Irgendwie schon, ne? Frank sure is keeping his customers satisfied so, da ist Rot noch mal drinne gut was haben wir hier? Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this Nathan is Rot gut Bobtail is Madame Luxuskarre was haben sie sich da einged... einged... einfallen lassen und dann nehm ich das schon mal so, was hatten wir hier? hier hatten wir... nein wir hatten noch irgendwo an... er hat noch irgendwo anders, ähm... Nathan drinnen und zwar hier einmal Rot aber das ist wahrscheinlich... nicht relevant und... hm... ach doch die sind natürlich, es sind drei ha der da und der da unten ist auch Rot gut zack so, Davids Hinweise untersuchen so ähm... drei gut ansehen ha ansehen ich war überrascht, dass... mhm... sie schien aufgehört... David Manson verfolgt... schreit dies ab... warte mal... welche... das sind Davids... ok... ansehen endlich den Wagen verdächtigen ok... er musste diese... kameras loswerden kates bilder was denn hier unten noch was denn hier unten noch äh... ich würde... ok... also... auf jeden Fall... einmal... das Ding dann... Koordinaten versuche ich es mal hier mit aha nehmen und das so... dann... untersuchen wir die... ähm... warte... ansehen so... gut... da kenne ich nichts ansehen ich weiß es nicht gut... das Ding ist draußen ok... ok... so... und er hat... wie man hinten sehen kann... Duct Tape dran... ne... bedeutet... das hier ist Nathans... S... S... X... F... T... ach... S... S... oder? S... S... gut... jetzt brauche ich noch die Koordinaten dazu das ist das... Falsche... da haben wir das Richtige... zack... das ist das Richtige... das ist das Richtige... und das ist das Richtige... Oh yes... now we're finally getting somewhere... Chloe... let's plug in these numbers... and see if they lead to an actual address... Aye Aye Captain... Here we come Rachel... Na? Was kommt da raus? Das letzte... I have to analyze Nathans messages... What could help me unlock this phone? Okay... There's a lot of numbers in here... Lesen... Telefon... Haustelefon... Durchschnitt... 3,7-4... Ähm... Handy... Arbeit... Nathan... Joshua... Prescott... Ehm... Okay... This is the Vortex Club party... where Nathan drugged Kate... Did you do the same thing to Rachel at another party? If there is a dark room... we better find it... It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive... Okay... Ansehen... Papier... Holy shit... Nathan is seriously unhinged... But those numbers might be useful... Mhm... So busted... It's good to see the Prescott's can't cover up all their tracks... Okay... Max... Let's blow this code up... And go home... So... Untersuchung... Let's start hacking... Erstmal... Waschlappen können nicht kämpfen... Aha... So... Eine Prepaid Phone Card... Sim... Pin... One hundred... Hallo... Okay... Das Papier... Die Schülerakte... Die Schülerakte... Sagt mir nicht viel... So... Telefon entsperren... Das ist eins... 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 Ups... Bad Code... Warte mal... Simpin... Ah... Make sure to change it... Haha... Ähm... Ja... Dann ist es... Äh... Neun, fünf... Neun, fünf, drei, fünf... Warte... Neun, fünf, drei, fünf... Gut... Neun... Fünf, drei... Fünf... Ja... I knew it wouldn't be that easy... Hm... Was gibt's denn noch, so... Anzahlen... Ähm... Lesen... Wo ist denn diese drei... Wo... Steht die 3 9 8 8? Warte mal... Fliegt's da irgendwas anderes... Wenn ich das lese, ne? Fünf... Ach... Das ist eine 3 9 8 8... Okay... Fünf, vier, zwei kann es nicht sein... Ich würde die 3 9 8 8 nehmen... Dein... Neun... You locked it, dumbass! Ähm... Dann nochmal... Hm... Wie kriegt man denn das hin? Das würde ich jetzt gerne wissen... Denn... Also man braucht die Nummern in der gewissen... Was ist mit der Schülerakte ansehen? Ähm... Lesen... Ach... Guck mal hier... Ähm... 6 8 0 3... Kann es nicht sein... 10 10... Kann es nicht sein... Haustelefon... Telefon... 1 9 8... 8 6 0 3... Und 10 10... Und 10 10... Kann es nicht sein... Gut... Dann nochmal... Äh... Äh... Oh ja... Ist hier überhaupt nicht drüne... Scheiße... So... Was haben wir denn hier? Äh... 7... Ne... 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 Ich versuch's mal mit 10 10... Ups... Bad Code... Gut... Das bedeutet... Ich muss... Ähm... Alle 3 nach durchgehen... Oder? Also ich hab den schon gemacht... Ich hab den schon... Ich würde jetzt... 5... 4... 3... 1... 5... 4... 3... 1... 5... 4... 3... 1... Boah... Was wär der nächste? 4... 4... 3... 6... Nein... Warte... Doch... 4... 4... 4... 3... 3... 4... 5... 5... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... Was ist denn Ansehen Wie Was ist denn jetzt Ich verstehe es nicht Wie kann man jetzt Diesen Code da raussuchen Also diese Karte Habe ich schon versucht Wart mal Wenn ich jetzt Aha 8 7 8 9 7 8 0 8 8 7 8 9 Ging es weiter 8 7 8 9 7 8 0 8 Super 8 7 8 9 7 8 0 8 Ähm Ja Es geht Brauche Geh Es ist mir Wasser Verkauft Arschloch Okay Ja Es ist All About Nathan Trying to score For the Vortex Club Party Bette Pato Unterwegs Stopp Die Pfeile Nathan Jonesing Hard The night Of the party He didn't have Enough Drugs Brauchst dringend Ich mach keine Ausbesuche Keine Zeit Zahl hast Doppelte Allerdings Wie du hast Bar keine Spannung Den Weg Halter Das Geld Bereit Alter bist du Wach Was willst du Soka Inski Du ex Zahlst du Die Nacht Aufschlag Lass mich Nicht warten Sorry Brauchst Brauchst Mehr Bist du Da Komm nicht Und fick dich Bistie Prübt Dich Flippst du Aus Bald Sei cool Bitte Stand Nimm dich Mal Ich hab schon gesagt Begift Sein ist keine Entschuldigung Mehr Keine Zeit Sind Sind Ich Okay Gut Muss ich alles davon untersuchen Okay Gut Sein Sein Äh Hast mir Wascher Ja 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 Bleib weg Holen am Strand Fette Fete heute Nacht Ah Also Äh Ich müsste Ich müsste nach Müsste am 4.10. gucken Oder 4.10. Genau Brauchst dringend Keine Hausbesuche Zahl Das doppelte Bar Auf dem Weg Ich brauche 4.10. 22 34 Ok Ansehen 4.10. 11 Uhr 7.10. 4.5 PM Ist Past Midnight Nein Past Midnight Day Ähm Hallo Hallo Ah 11 PM Das Ding brauche ich PM ist ja Past Midday Also Brauche ich das Dann brauche ich Ähm Das Ding Haus wählen Brauche ich noch ein Foto Das ist dritter Zehnter Äh Ansehen Nein Nein Ich brauche ich noch ein Foto Ich brauche Das Ding muss es sein Ähm Nein Nein Gut Das da unten Muss es sein Prescott's Na? Das ist schlecht, wenn du das so offen lässt. Hm?